Fünf Freunde, fünf Freunde, das sind wir. Hey Leute, willkommen bei den Fünf-Freunden-Drei. Diesmal leben wir ein spannendes Abenteuer in der Südsee und Timmy ist natürlich auch mit dabei. Aber wir haben auch noch ganz viele andere tolle Tiere hier am Set. In diesem Film, weil wir hier in Thailand drehen, haben wir viele exotische Tiere, so Affen zum Beispiel. Ist der Affe da? Nein, der Affe sitzt im Make-up, kommt aber gleich. Ja, Dschungel ist Dschungel. Dort leben gefährliche Tiere, wie eben der schwarze Waldläufer. Bei dem muss man sich wirklich in Acht nehmen. Ist nur ein kleiner Käfer, den Biss spürt man kaum. Aber irgendwann kriegt man Fieber. Wir haben jede Menge Skorpione, Würmer, Schlangen und alles andere mögliche Tiere. Hello. Der Hugo, das ist ein ziemlich sarkastischer Vogel. Immer schön rüber mit dem Ratten. Mäuse und jetzt Ruhe. Und Timmy ist natürlich dabei. Der ist natürlich wieder der Held der Geschichte. Timmy, du bist unsere einzige Hoffnung. Er muss über eine Schlucht springen, er muss über einen Baumstang balancieren, dann muss er eine Liane tragen. Also Timmy ist natürlich, wie auch in allen anderen Fünf-Freunde-Teilen, ein wichtiger Bestandteil der Gruppe. Deshalb auch fünf Freunde, vier Kinder, einen Hund. Fünf-Freunde, der nächste Kino. Fünf-Freunde, fünf Freunde, das sind wir. Fünf-Freunde, fünf Freunde, das sind wir. Wir là